Wo ist die Fajonka? Warte, warte, warte. Eine Spinne, die durch die Luft... Wow! Und ganz viel von diesen Medichlorianern in der Luft. Ganz viele Blitze. Ja klar, bei den vielen Damen Blancs, die hier sind. Die weißen Damen. Düsterei, hier ist ein 1-2-1. Mitnehmen, dass die Luft habe. Die Luft gelaten wird erledigt. Und jetzt wird die Luft gelaten. Der Luft gelaten. Ein Warte, die Luft gelaten durchsignt. Die Luft gelaten. immer gerade immer weg ja ja ah ok die fahrer ist super groß, sonst weg zieht sie die an die groß sollen die Stücke überhaupt sein kleiner ist, würde ich sagen, als die ja ja damit sie austrocknen dann können wir auch überlegen wo ist die Eingangsforte bei so einem Holz doch ist ein Eis irgendwo aha ja 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 wenn du den Platz hast, der hat schon den Rest da muss ich nicht jedes Mal bücken das ist affisch bücken und jedes Mal auf den Holzklot und nach den Klot zurück tun ja ja und ich passt gar keine Kraft beim Schlafen ja dass die oder Axt mit nur einer Ecke oder so rein kommt und damit es geht immer flächig auf Klinge aha weißt du das? und dann dazu kam am Ende vom Stiel das reinziehen wie beim Messer wenn man schneit weißt du das so? aha reingezogen wird und mit massiver Kraft richtig groß ok das ist nur die der Axt des Schlagens aha gar keine Kräfte am besten immer in der Stellung ja dann hast du das Kreuz kaputt beziehungsweise Rückenschmerzen die sind zu stupide beim Holzsack ja tut das nötig wenn du in der Gewichtnehmerstellung bist aha immer so flex ok und guck mal her bei dem hier kommt nix schaffst du den zu brechen mit der Axt aha da siehst du aber auf die Seite aha fängst du hier an weil es dann so weit wie es geht vorhalten Rüst bildet aha und immer beim Ausholen achten dass keiner neben oder hinereimt dann steckst einem sofort den Schädel ein ja 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 gut was sind so Sachen die macht man nicht die säge gut das kann man sicher nehmen ja so du kommst dahinter ne ja ne ne mach ich doch mal guck mal da jawohl wir starten vorher nachher Ja, da ist es, da ist es. Wo ist der Tor? Wo ist der Tor? Kommt auch nichts. Kommt auch mal. Ich bin der Nostarische. Nein, der ist Vigil. Jarek und Darek. Okay. Erstmal ins W-Lage sich einwählen. Erstmal ins W-Lage sich einwählen. Dann dann und Milo. Milo. Jupp. Jetzt gehts zu den Blumen. Juppala. Aha. Großartig. Muss man gar nicht viel gießen. Was? You don't have to put water on this because here is many water. Yeah, it's more water. Can you eat this? No. No? 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 No, no? 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 Knapp. Ja, voll Treffer. Voll Treffer. Krass. Ordentlich. Angst vor der Sicherheitsspitze. Wow. Ja, wieder Volltreffer. Sau Sau Sau. Alle Achtung. Da hört es dann auf. Ja, schon wieder. Dreimal hintereinander. Wow. Noch weiter. Oh. Ja. 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 Ha. schon wieder crazy sehr schön so und jetzt schauen wir uns mal noch fix an wie hier in polen die fische gefüttert die müssen ja auch irgendwie gefüttert werden nicht und da hat sich der besitzer folgendes ausgedacht hier drin ist jetzt eine tote ente und wenn die tote ente verwest setzen sich ja warfen drin ab von den fliegen und die laufen fallen dann hier in den see hinein und dann futter für die fische genial oder komisch überall wo ich hinkommen sind die selben katzen hier ist eine und wer ist die die andere one satan where are you satan where is satan satan